Hallo, ich bin's wieder, euer Coach Olaf und Antonia und wir beide zeigen euch heute eine Basisversorgung mit dem elastischen Tape bei Rückenschmerzen. Das heißt, diese Basisversorgung hilft häufig schon sehr, sehr gut. Allerdings solltest du dich nicht darauf 100% verlassen. In den nächsten Videos zeige ich dir, wie du die Rückenschmerzen noch effektiver in den Griff bekommst, aber eine Basisversorgung heißt Basisversorgung, weil du sie erstmal kleben musst. Schau erstmal, kommt der Patient damit gut klar, warte ein paar Tage ab, wenn nicht, dann kannst du weitere Tapes anlegen. Aber wir starten jetzt erstmal mit der Basisversorgung. Dazu dreht sich Antonia mal um. Im Bereich der Lendenwirbelsäule wird getapet. So, dann nehmen wir mal die Hose ein kleines bisschen tiefer. Okay. Und zwar macht die Patientin einen Katzenbuckel, kein Hohlkreuz. Jawohl, den Rücken schön rund, das heißt, das Kinn zur Brust, nicht nach oben schauen. Und die ersten Zügel sind Muskelzügel. Die Zügel legst du links und rechts neben der Wirbelsäule an. Breite Zügel, starke Wirkung, Hälfte an Zügel, schwächere Wirkung. Also, in der ersten Woche durchaus kannst du mit breiten Zügeln arbeiten. In der zweiten und dritten Woche kannst du den Zügel auch durchschneiden und mit einem 2,5 cm Zügel weiterarbeiten. Ich empfehle euch, lasst keine Basis und schneidet das Tape ein, denn mit der Basis kommst du gerade mal bis zur Pofalte, kommst nicht tiefer. Wenn du das Tape durchschneidest und du arbeitest mit zwei separaten Zügeln, kommst du mit den Zügeln wesentlich tiefer auf den Gluteus, also auf den Po-Muskel. Also kannst du etwas tiefer anfangen. Ich klebe jetzt mal mit dem breiten Tape, lass das Tape ruhig weit über die LWS hinauslaufen. Denn je effektiver das Tape oder je länger das Tape ist, desto effektiver ist die Wirkung. Diese Länge nehme ich jetzt mal zwei, linke und rechte Seite. Dazu lege ich das Tape wieder übereinander, falte es zusammen und schneide es an den Enden ab. Runde die Enden ab. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Enden jeweils nach zwei, drei Zentimeter Papier einreißen. Auch hier das Papier einreißen und in der Mitte das Papier entfernen. So. Jetzt legst du das Tape auf und zwar ohne Zug antupfen, auflegen, am Ende ziehen, Papier entfernen und auflegen. Hier oben auch am Tape ziehen, das Papier löst sich, Papier entfernen und auflegen. Ohne Zug. Das zweite nochmal, Papier in der Mitte entfernen, Tape auflegen in gleicher Höhe wie das andere. Antupfen, anreiben, jetzt ziehen, Papier entfernen und das Tape auflegen. Hier auch ziehen, Papier entfernen, Tape auflegen. Auch hier muss, Antonia, komm einmal hoch bitte, zu sehen sein, dass das Tape die Haut in Wellen nach oben anhebt, dass jetzt ein massiver Reiz ausgeübt wird auf die häufig verspannte, verhärtete Muskulatur der Rückenstrecke. So, beug dich noch einmal nach vorne bitte. Jetzt haben wir die Muskeln versorgt und nun versorge ich das ganze Areal in den Segmenten der Lendenwirbelsäule. Das heißt also, hier oben dem Beckenkamm einmal tasten, da sind wir ungefähr hier. Hier ist die beginnende Pofalte, das heißt, wir haben hier ein Areal, in dem wir uns austoben können mit dem Tape. Hilft übrigens auch recht gut schon bei ISG-Beschwerden, dieses Tape, was wir jetzt aufkleben. Die Länge von dem Zügel, den ich jetzt aufklebe, die Länge des Zügels, ist die Länge von der Wirbelsäule bis seitlich an den Körper ran, an den Oberkörper. Diese Länge. Und diese Länge brauchst du jetzt dreimal. Das heißt also, das Tape abrollen, das Tape übereinander legen, jetzt hast du zwei Zügel, das Ganze noch einmal übereinander legen, jetzt hast du drei Zügel, die Strecke halbieren und das Tape abschneiden und an der Schnittkante das Tape abrunden. Und nun hast du mit einem Schnitt alle drei Zügel an sechs Enden abgerundet. In der Mitte wird das Papier geöffnet, das Papier wird bis zur Seite aufgeklappt, das Papier geöffnet, bis zum Rand aufklappen, den Daumen quer aufs Tape legen, mit den Fingern das Papier festhalten, auf 100% Zug gehen, ein Stück zurück, lass es etwas in Dehnung, nicht auf maximalen Zug, es löst sich zu schnell am Rücken. Ja, und jetzt geht's los. Das heißt also, wir nehmen die Mitte vom Beckenkamp, Pofalte, das heißt ungefähr hier klebe ich ihr das Tape auf, sind die Beschwerden weiter unten, klebst das Tape natürlich etwas tiefer, sind die Beschwerden etwas weiter oben, klebst es etwas höher, aber bleibe im Bereich der Lendenwirbelsäule. Jetzt also, Zug ausüben, Stück zurück, waagerecht aufkleben, leg das Tape auf, jetzt siehst du, in der Mitte klebt das Tape noch nicht, halt das Tape auf Spannung, befreie deinen Daumen und greibe das Tape mit dem Daumen an, loslassen, fertig. Die Enden ohne Zug, Enden ohne Zug. Ich habe jetzt bis hier und bis da gezogen, das heißt, mein nächstes Tape wird im Winkel von 90 Grad angelegt und später so angeklebt, dass die Kante des Tapes an diese Kante stößt, also nicht Tape auf Tape kleben, auch keine Riesenlücke lassen, Tape an Tape kleben reicht völlig aus. In der Mitte das Papier öffnen, das Papier bis zum Ende aufklappen, Daumen quer aufs Tape, 100% Zug, ein Stück zurück, im Winkel von 90 Grad auflegen, drehen, 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 bis mein Daumen an die Kante des Tape stößt, hier oben genau das Gleiche, runter, 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 bis ans Tape ran, auflegen, umgreifen, anreiben und die jetzt erst loslassen. Das heißt, die Spannung darf nicht nachlassen, bis das Tape aufgeklebt worden ist. Ja, und dann haben wir Tape Nummer 2 drauf, jetzt kommt Tape Nummer 3, der letzte Zügel. Antonia, kannst du noch? Ja, der Patient darf sich natürlich auch abstützen, wenn er Schmerzen hat, darf sich hinsetzen, abstützen, auf dem Hocker sitzen, lasst euch was einfallen, wie ihr den Patienten in diese oder ähnliche Position bringt, der darf auch liegen auf der Seite, sowas geht auch. Ziehen, Stück zurück, waagerecht, äh, sorry, senkrecht auflegen, im Winkel von 90 Grad zum waagerechten Zügel, und nun das Tape drehen, 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 bis mein Daumen hier vorne an die Spitze trifft des ersten Zügels, des blauen, was ich aufgeklebt habe, hier unten ebenfalls, auflegen, umgreifen, ankleben, loslassen, fertig, das war's. Die Enden ohne Zug laufen lassen, anreiben. Nun habe ich hier gedrückt, da gedrückt und da gedrückt, hier und da und da, das heißt, ich habe in diesem Areal eine handtellergroße Entlastung geschaffen, und das entlastet nicht nur die LWS, sondern auch, also viele Segmente der LWS, sondern auch das Iliosakralgelenk. Komm noch einmal hoch, wir schauen uns das noch einmal an, jetzt siehst du, wie das Tape sich zusammenschiebt, wie es die Haut abgehoben wird, und das merkt der Patient auf jeden Fall mit einem Wärmegefühl, mit einer tollen Entlastung, vielleicht auch mit weniger einschießenden Schmerz in das linke oder rechte Bein. Das war's zur Basisversorgung, Rücken, freut dich auf die nächsten Versorgungen am Rücken, in den nächsten Videos zeige ich euch, wie es weitergeht, Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen, mit dem elastischen Tape. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, euer Coach Olaf und Antonia. Untertitelung des ZDF für funk, 2017